Wir haben ja einen Miniklub hier. Das ist ja für die Erwachsenen sehr, sehr schön. Da haben sie auch noch ein bisschen Urlaub, wie sie ihr Kind abgeben können. Und die Kinder werden beschäftigt und die tanzen so goldig. Das gucke ich auch immer gerne an. ARD Text im Auftrag von Funk